Eine Million Dollar. So viel sollte Bitcoin wert sein, wenn wir der Wette von Balaji getraut hätten. Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung. Dieser Mann hier hat gewettet, Bitcoin wird eine Million erreichen und das innerhalb von 90 Tagen. Die Zeit ist leider abgelaufen und die Wette damit auch schon lange wieder vom Tisch. Er hat auch zugegeben, das wird nichts mehr und glaube ich nach 30, 40 Tagen das Ganze aufgelöst. Er hat aber was erreicht, denn er hat eins zu Verständnis gegeben. Es ging ihm gar nicht darum zu sagen, Bitcoin wird eine Million erreichen. Die Frage wäre viel mehr. Wie viel wären diese eine Million US-Dollar überhaupt noch wert gewesen? Er wollte vor allem auf ein Problem hinweisen und das ist die Geldschirme, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und damit auch einhergehend die Inflation. Ich weiß, die Inflation lässt sich nicht darauf runterbrechen. Es gibt sehr viele weitere Faktoren, die für das gesorgt haben, was wir gerade aktuell erleben. Bis zu 8% Inflation, die womöglich noch weit über ein Jahr so hoch bleiben wird und damit einhergehend auch höhere Zinsen, die womöglich für einen Wirtschaftsrückgang sorgen. Ist leider die harte Realität und so funktioniert die Geldwirtschaft. Aber Balaji wollte uns klar machen, es gibt eine Alternative und es gibt eine Möglichkeit, vielleicht auch das Geldsystem anders zu denken. Er wollte also wachrütteln. Das Ganze hat ihn 1,5 Millionen gekostet, denn 500.000 gab es für den Gewinner der Wette. 500.000 für einen guten Zweck und 500.000 nochmal für einen anderen guten Zweck. Ich würde sagen, am Ende sind wir alle Gewinner, denn wir wurden auch darüber aufgeklärt und nochmal auch andere. Es geht nicht darum, was dort für ein Price-Tag steht, für einen Preis, sondern was ist das eigentlich tatsächlich wert? Und jetzt fragt euch mal, was ist euch euer Bitcoin-Investment wert? Warum seid ihr investiert und was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Ich, mehr Kaufkraft und im Falle einer Inflation bei einem Bitcoin-Kurs von 1 Million, wäre es vielleicht eben auch gar nicht mehr die Million, die es heute ist. Stell euch diese Frage mal selbst, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Gedanken und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Millionenwette, denn es war nicht die erste und es war mit Sicherheit nicht die letzte.